Heute kommt eine ganz besondere Folge und zwar werde ich dir heute zeigen, wie ich mein Beratungsunternehmen Leaders Media auf 1 Mio. Jahresumsatz alleine über LinkedIn erfolgreich skaliert habe und das mit einem einzigen Vortrag. Was es damit auf sich hat und wie du so einen Vortrag für dein Angebot auch entwickeln kannst und wie du darüber dein Unternehmen erfolgreich skalierst, erfährst du in dieser Folge. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei all meinen YouTube-Abonnentinnen und Abonnenten bedanken. Wir sind auf dem besten Weg zu 10.000 YouTube-Abonnenten, was mich extrem freuen würde. Wäre ein gigantischer Meilenstein, das zu knacken. Wenn du den Kanal also noch nicht abonniert hast, würde mich das extrem freuen. Ist komplett kostenfrei und vor allem kommen in der nächsten Zeit extrem coole Folgen, habe ich in der Pipeline, die willst du nicht verpassen. Wenn du den Kanal abonniert hast, wirst du direkt über eine neue Folge informiert. Wir springen direkt in die Folge rein und zwar war die Ausgangssituation, dass wir LinkedIn-Content wirklich für uns geknackt haben. Wir haben unsere Content-Strategie über Monate sauber umgesetzt, haben dadurch Reichweite bekommen, haben unsere Expertise gezeigt und haben das auch konvertiert bekommen. Man kommt aber irgendwann zu dem Schluss, dass man wirklich selbst den besten Conversion-Content regelmäßig machen kann, aber immer super abhängig davon ist, ob der Post gut war oder nicht, ob man Anfragen und Termine bekommt oder nicht. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, hey, ich brauche ein stabileres Fundament, um mein Unternehmen erfolgreich zu skalieren. Denn eine alte Online-Marketing-Formel hat mir dabei wirklich geholfen, das Ganze nochmal zu verstehen und wirklich einzuordnen. Weil am Ende besagt die, hey, du brauchst Aufmerksamkeit in der digitalen Welt und das war das, was wir bestenfalls mit LinkedIn-Content wirklich Woche für Woche hinbekommen haben. Da war ich mir recht sicher. Aber der Konvertierungspart war mit Conversion-Content schon ganz gut, aber aus meiner Sicht ging da mehr. Und zum anderen wollte ich mich auch ein Stück weit von LinkedIn einfach langfristig unabhängig machen, weil mir klar wurde, irgendwann werden die Reichweiten gedrosselt werden. Und wenn ich die Leute nicht in meiner eigenen E-Mail-Liste habe, habe ich ein großes Problem. Und das hat auch dazu geführt, warum wir Schwankungen hatten in unseren Anfragen und auch in unseren Kunden, weil wir einfach keinen systematischen Konvertierungsprozess haben. Und auch die wenigsten Leute das heute haben. Da muss man im Online-Marketing schon relativ tief sozusagen reingestiegen sein, um das Ganze zu beherrschen. Und ich zeige dir einfach mal, was wir beobachtet haben und dann gemacht haben. Denn immer wenn ich einen Vortrag gehalten habe zum Thema LinkedIn-Marketing, sind daraus mehrere Kunden entstanden. Ich habe wirklich einen reinen Fachvortrag gehalten und das Ganze meistens digital. Und danach sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, hey Robert, hört sich super spannend an, brauche ich auch, wie können wir zusammenarbeiten? Und ich habe lange nichts dabei gedacht, bis ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, hey, was wäre denn, wenn ich sozusagen das Ding einfach mal aufnehme, noch einen Pitch am Ende ranbaue und das Ganze einfach online schalte und mal meinen LinkedIn-Kontakten vorstelle bzw. zur Verfügung stelle. Und dann hatte ich die Aufzeichnung davon und dann war aber die Frage, was macht man damit? Packt man das Ganze auf die Webseite, packt man das zu YouTube, packt man das zu Vimeo? Und daraus ist tatsächlich unsere Idee vom Vortragsfunnel entstanden. Dass ich wirklich gesagt habe, hey, der Vortrag funktioniert, ich muss jetzt eigentlich nur möglichst viele Leute in den Vortrag reinbekommen und dann, wenn die Leute von überzeugt sind, und das wusste ich ja schon, dass sie überzeugt sind, weil ich den so häufig gehalten habe, dann führt das zu Anfragen und zu Kunden. Und gerne einen Screenshot machen, weil das ist auch das, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden gemeinsam umsetzen, genau diesen Vortragsfunnel. Jetzt mussten ja nur noch möglichst viele Leute diesen Vortrag sehen. Und das war cool, dass man das wirklich über den LinkedIn-Content regelmäßig promoten konnte und sagen konnte, hey, wir haben einen neuen Vortrag zum Thema LinkedIn-Marketing, schick mir, ich schicke dir den Link rüber. Und dann wirklich 33 Leute sich teilweise pro Woche registriert haben. Die Hälfte gucken es meistens an. Das führt zu zwei Anfragen, wenn du ganz genau weißt, wie das Ganze konvertiert. Und das bestenfalls zum Abschluss, immer abhängig von deinem Preispunkt. Und das hat immer mehr zu Anfragen geführt, auch in den Nachrichten direkt, bis sich unser Kalender gefüllt hat. Und dann haben wir irgendwann Werbeanzeigen draufgeschaltet und das hat dann richtig Spaß gemacht, weil es wirklich wie ein richtig guter Spielfilm war. Und jetzt war es natürlich nur noch so, möglichst viele Leute müssen das Ding sehen und das führt am Ende zu Umsatz. Einen wichtigen Part möchte ich hier in dieser Folge aber besprechen, bevor wir sozusagen in den nächsten Folgen irgendwann über den detaillierten Vortragsfunnel sprechen. Weil das Wichtigste ist, wir haben zahlreiche Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel 20 Jahre schon Vorträge halten, Trainings halten, Workshops halten und das nicht konvertiert. Also am Ende keine Kunden darüber entstehen. Oder es gibt auch Leute, die regelmäßig Webinare halten und auch da relativ wenig passiert, weil ein großes Problem, zu wenig Leute dabei sind bei den Webinaren. Also das bedeutet, es registrieren sich nicht genug Leute. Und zum anderen sie dann den Skalierungstest nicht bestehen. Und diese zwei Sachen möchte ich hier in der heutigen Folge dir zeigen, was das eigentlich bedeutet und wie du diesen Skalierungstest machen kannst. Weil dafür haben wir eine coole Strategie über die Zeit entwickelt, die immens entscheidend war und die auch am Ende dazu geführt hat, dass wir Leaders Media mit diesem einen einzigen Vortrag skaliert haben. Wir haben wirklich in den letzten Jahren und ich glaube alleine im letzten und vorletzten Jahr über 5000 Live-Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Und ich zeige dir mal, wie dieser Promotion-Plan funktioniert, dass du als erstes erstmal möglichst viele Leute bei deinem Training dabei hast oder bei deinem Vortrag dabei hast, um überhaupt zu testen, ob das Ding funktioniert oder nicht. Das erste, was wir immer machen, ist ein Event anlegen bei LinkedIn Events. Denn dort gibt es eine relativ coole Möglichkeit, 1000 Kontakte einzuladen pro Woche. Das bedeutet, das ist so die coolste Methode, um auch seinen Titel zu testen, das Titelbild zu testen und zu gucken, wie viele Leute sagen direkt zu. Und damit tatsächlich Kunden, wo wir den Titel getestet haben und auch das Titelbild getestet haben und die direkt 100 Zusagen hatten auf diese 1000 eingeladenen Kontakte. Und das ist so der erste Beweis, ob du ein Thema hast, was wirklich relevant ist für deine Zielgruppe oder nicht und das ist der erste Test, den man machen muss. Dann legen wir dieses Event an. Ich kann immer empfehlen, das Ganze zum Ende der Woche zu machen. Bei mir hat sich so Donnerstag bewährt, weil einfach man Zeit hat, um zu promoten. Legt dieses Event an, legt die Leute an und legt das Ganze an. Und jetzt kommt der zweite Part, dass wir dann Promotion-Content brauchen. Und das ist tatsächlich eine Kunst für sich und da werde ich auch in den nächsten Wochen oder Monaten mal überlegen, wie ich das wirklich so gut wie möglich beibringen kann. In unserer Social Leads Academy ist zum Beispiel komplett drin, wie das Ganze funktionieren kann und auch in unserem Mentoring. Aber was ich mache, ist wirklich eine Woche wie so eine Promotion-Week zu machen, wo ich wirklich versuche, am Montag, Dienstag und Mittwoch möglichst viele Leute für mein Training zu gewinnen und die Leute dort reinzubekommen. Und am Freitag mache ich dann noch einen Post zu der Aufzeichnung und fertig. Und das kombiniert mit tatsächlich ein paar E-Mails, auch nochmal drei E-Mails dazu meistens, führt teilweise zu 300 bis 500 Anmeldungen für diesen Vortrag. Und das ist das, was ich einfach mitgeben möchte und dir auch als Benchmark mitgeben möchte, dass wenn sich heute Leute noch nicht für dein Training oder dein Webinar anmelden, hast du entweder ein Problem, dass du keinen Titel getroffen hast, der wirklich für deine Zielgruppe relevant ist. Das ist häufig das Problem, was ich sehe. Oder du weißt nicht, wie man Vorträge und Webinare vermarktet, weil ich das wirklich sehe, das ist eine Kunst für sich. Von Kunden kriege ich das immer zugesagt, ey Robert, ich habe jedes Mal das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasse, wenn ich nicht dabei bin. Und das muss man einfach lernen. Und das Dritte sozusagen ist, wenn du dann den Vortrag hältst, ist es häufig schwierig, sozusagen dann wirklich einen Vortrag zu halten auf zu wenig Leute, um dann zu merken, ob er funktioniert oder nicht. Dann hältst du das Ganze am Donnerstag und das ist wirklich auch der Moment, wo man dann guckt, ob das Ding konvertiert oder nicht. Und hier kommt auch der größte Fehler, den ich sehe, wenn Leute zum Beispiel Webinarfunnels oder Videofunnels oder so bauen, dass sie eine Präsentation oder ein VSL bauen, das Ganze aufnehmen, die Aufzeichnung online schalten, Werbeanzeigen drauf und nichts passiert. Und das ist auch der Grund, warum wir immer die Vorträge einmal live halten, mindestens ein bis zweimal live halten und gucken, ob das Ding überhaupt konvertiert. Melden sich Leute danach, stellen Leute eine Anfrage, buchen sie einen Termin oder nicht. Wenn nicht, musst du nochmal ran im nächsten Monat. Wenn das direkt funktioniert, können wir die Aufzeichnung natürlich nehmen und daraus den Funnel am Ende machen. Aber das ist wirklich der größte Fehler, weil man immer diese Vermutung hat, man baut eine Präsentation, schaltet die online und da funktioniert irgendwas. Not a chance, man muss es immer live gehalten haben und das ist auch am Ende der Skalierungstest, den man unbedingt gemacht haben muss. Dann ein Kicker, den ich dir mitgeben kann, der gigantische Auswirkungen hatte, ist, dass wir irgendwann die Aufzeichnung runtergenommen haben und haben wirklich gesagt, was weiß ich, bis Sonntagabend kannst du dir das noch kostenfrei angucken, dann ist sie weg. Und wirklich, ich hatte das Experiment, wo die Aufzeichnung monatelang zur Verfügung stand, kein Mensch hat sich das angeguckt. Seitdem ich das Ding irgendwie weggenommen habe, haben sich alle Leute das angeguckt, also wirklich mindestens 50% mehr, wenn nicht sogar mehr, 100% mehr als vorher. Es war wirklich verrückt zu sehen, also den Trick kann ich dir auch mitgeben, das unbedingt zu tun. Und dann, wie gesagt, kann ich nur empfehlen, das wirklich, bis der Vortrag konvertiert, Monat für Monat zu machen. Und ich mache es teilweise heute noch monatlich, weil einfach so ein Live-Event ein riesen Kicker ist. Die Leute haben es im Kalender, es gibt eine Deadline, sie sind dabei. Aber ultimativ willst du unbedingt den Skalierungstest machen und gucken, ob dein Vortrag überhaupt konvertiert oder nicht. Und dafür brauchst du erstmal eine gute Promotion und das war auch die Idee dieser Folge, dass du wirklich eine gute Promotion hast, möglichst viele Leute in deinen Vortrag bekommst, um dann zu testen, ob der konvertiert oder nicht. Und auch genau dabei helfen wir am Ende unseren Kunden, diesen Vortrag zu entwickeln. Haben da über die Jahre ein Template gebaut, wo die wirklich reinarbeiten können. Ich habe dafür über fünf Jahre gebraucht, um wirklich einen Vortrag zu entwickeln, der konvertiert. Weil es am Ende auch die Kunst ist, von der Bühne verkaufen zu können, das muss man sich am Ende klar machen. Und das ist halt das Coole. Aber es steht und fällt auch mit der Promotion. Weil wenn keine Leute bei deinem Vortrag sind oder bei deinem Webinar, bringt dir am Ende das beste Webinar nichts. Wie gut funktioniert das? Dieser Promotion-Plan funktioniert halt bei uns. Wirklich 200 bis 500 Anmeldungen haben wir, wenn ich Werbeanzeigen draufschalte, dann natürlich noch mehr. Ein cooles Beispiel war, wie gesagt, Stefan, der wirklich fast 100 Leute nur mit diesen 1000 Einladungen geknackt hat und man direkt gesehen hat, hey, der hat einen Nerv getroffen. Und der letzte Schritt ist, wenn du dann die Aufzeichnung hast, kannst du natürlich den Vortrags-Funnel launchen. Das Coole ist, dass unsere Kunden ein Template dafür bekommen, wo sie wirklich das so schnell wie möglich online schalten können. Und dann kann man das Ganze wirklich sowohl in seinem organischen Content promoten, du kannst es in dein LinkedIn-Profil packen und du kannst Werbeanzeigen darauf schalten. Und das ist halt das Coole, dass du dann Woche für Woche Anfragen erhalten kannst, weil du weißt, dass dein Vortrag den Skalierungstest bestanden hat. Das bedeutet, mit dem vorgestellten 7-Tage-Promotion-Plan kannst du 100 und mehr Leads und Teilnehmer für deinen Vortrag gewinnen. Und zusammengefasst, genau dieser eine Vortrag mit dem Vortrags-Funnel war der Schlüssel, um mein Beratungsunternehmen Leaders Media erfolgreich zu skalieren. Und der Hebel war natürlich am Ende Werbeanzeigen, dass wir relativ viel in LinkedIn-Ads auch investiert haben, damit möglichst viele genau diesen Vortrag sehen. Aber das Entscheidende war, dass wir die Leute im Vortrag konvertiert bekommen und diesen Skalierungstest gemacht haben. Das bedeutet, wenn du Lust hast, dein Unternehmen zukünftig genau über diesen Vortrags-Funnel erfolgreich zu skalieren, lass uns gerne unverbindlich sprechen. Geh auf leadersmedia.de, weil genau diese Tools und diesen Vortrag bauen wir innerhalb von Wochen mit Gründern und Geschäftsführern für ihren Unternehmen auf. Und es ist halt eine coole Pipeline, um unabhängig von der eigenen Zeit Anfragen zu halten. Würde mich freuen, dich im Gespräch begrüßen zu dürfen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.